Am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand einer Lagerhalle in einem Gewerbegebiet in Mannheim-Friedrichsfeld gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einem Brand in einem Industriegebäude. Es wurden keine Menschen betroffen, also es ist niemand verletzt worden. Das Haus ist aber evakuiert worden, vorsorglich. Der Brand konnte relativ schnell gelöscht werden und somit eine Ausbreitung verhindert werden. Es waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr vor Ort und die Freiwillige Feuerwehr Seckenheim und Friedrichsfeld. Wir sind noch dabei, Nachlöcharbeiten durchzuführen, das Gebäude zu belüften, rauchfrei zu machen und dann die Einsatzstelle zu übergeben an die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging der Brand von einem Büroraum des Gebäudekomplexes aus. Die zwölf Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses hatten das Gebäude bereits verlassen und wurden durch Kräfte der Johanniter Mannheim in die naheliegende Geschäftsstelle im Saarburger Ring gefahren. Dort hatten Helfer einen Betreuungsraum und eine Stelle zur Registrierung eingerichtet. Also wir sind grundsätzlich immer dann einsatzbereit, wenn die Patientenlage erfordert, dass der Regelrettungsdienst unterstützt wird von uns. Und wir bereiten uns mit ehrenamtlichem Personal darauf vor, in solchen Situationen schnell an der Einsatzstelle eine Betreuungskapazität herzustellen. Es gab keine Verletzten, es gab Betroffene. Das sind zwölf Personen, die jetzt bei uns hier in der Dienststelle untergebracht wurden. Das ist natürlich jetzt der Vorteil gewesen, dass es in unmittelbarer Nähe von unserer Dienststelle passiert ist. Ansonsten würden wir an der Einsatzstelle ein Zelt aufbauen und in dem Zelt dann eben die Betroffenen betreuen und versorgen. Die evakuierten Personen wurden in der Geschäftsstelle mit Decken und warmen Getränken versorgt und konnten nach Löschen des Brandes in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach ersten Schätzungen beziffert die Feuerwehr den Sachschaden auf rund 120.000 Euro. Personenschäden sind nicht zu beklagen. Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben ihre Arbeit aufgenommen, um zu klären, wie es zum Ausbruch des Feuers kommen konnte. Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben ihre Arbeit aufgenommen, um zu klären, wie es zum Ausbruch des Feuers kommen konnte.